alles klar geht schon los ladies and gentlemen herzlich willkommen zu wow my magic auto chess ok jetzt meine allererste runde saulaut und machen wir ein bisschen runter beste Armee aufbauen kennen wir ja von damals noch ok schauen wir mal rein du hast nichts erklärt einfach direkt spielen so ok das ist mir so und den setze ich dir so alles klar my magic ist auch ein autobattler quasi und den top 100 sieht man oben links 100 mann auto chess finde ich krass diese idee ist keine aufgekloppt bei you play gibt es das free to play und deswegen schau ich mal rein was das spiel so für mich bietet oder bis zur weise für uns ich bin irgendwo im weg fast okay wir kriegen hart auf die schnauze sachsen na geht klar einer dauern erste runde können wir gewinnen erste runde easy nice ok na schon mal gut ok weiter geht's gg also das ist fett holy shit holy shit und alles endlich sofort schauen wir mal wie weit wir einfach mal kommen kam einfach auf wie aus dem nix ok ok dreimal selber einheit verschmelzen na alles klar i understand this na für diese energie holen wir uns nochmal wo sieht man mein geld da da und wo noch die beiden ich kann drei kann ich aber auch nur maximal hat bisher schon hat ja schon mal gut ist ganz gut geklappt business assassin ich möchte erstmal dahin na da heilerin fernkämpfer guck mal gucken weiter geht's nächste runde ist da besser erst mal ja erst mal ja so nächste runde also ich hoffe nicht mal was ändern also da hat er gesagt hier da ist der kampf war das geht los ok die beiden sind so weit auseinander das habe ich mir jetzt verkackt nein durchgepariert was da los unentschieden ok ich habe mein fehler aber gesehen ich habe mein fehler gesehen ok murk nachdem ok drei jahre lang man hat drei leben alles klar das war immer wieder geld vierter einheit alles klar hm ich will ich nicht ja gibt her und die waldläuferin genau die möchte ich haben ich habe schon mal eine synergie also der tausche ich noch mal aus mit dem hier machen wir das so ich bin da rein ein bisschen hochpumpen die sache hier schauen wir mal ob es jetzt wie es gut läuft im 2 level 2 einmal hin wir können jetzt in der gerda auch schon schauen wir mal der erste schon aus der drei jahre lang gewinnen gekriegt wir sind zweiter sieg nice läuft auch gg läuft auch schon mal stufe 3 hm ich habe es war 90 ok frischi alles klar vielleicht wie wir reden so gibt es auch dann sehen wir die unserer synergien nochmal neu ein ork ist ganz cool jetzt ok äh so haben wir schon mal zwei orks hätten wir nochmal eine synergie stecken wir ihn noch nach vorne verkaufen ist so alles klar jetzt aber gibt es auch müssen wir uns nochmal gewissen das genau nochmal angucken schauen wir ja gleich schauen wir gleich mit leiser hier so hier sieht aber schon mal nicht so scheiße aus bisher schon mal smart gemacht ok top top 675 easy gg auf der runde 4 noch keine jahre noch also noch so wird drin im game drei leben viele haben schon eigentlich nur noch ein leben oder und die könnte jetzt rausfliegen ja ja alles klar die tipps ich verstehe ich ok neuerkampferin für eine synergie kann man ja gucken kann man ja gucken ok ok das ist ja das ist ja auch noch nicht so ich kann das hier los ich nicht ich stecke mal über da rein bumm machen wir dann auch mal schnell so direkt auf rein da Komm, jetzt mal gucken Gegen Shui Okay, ähnliches System wie wir Aber der hat eine Energie mehr Können nach hinten losgehen Komm Boom, Shui ist raus Nice Wir gewischt hier GG Was klar, Top 50, komm Schauen wir Top 50 Komm Okay, Rowell Oh, okay Deutsch battle Ähm, Zyklop Gönnen wir uns Weil die Synergie dann Äh, schon mal eine voll ist Nice, no tank Boom Das haben wir zwei sehen Also wir haben schon jetzt Dadurch, äh, zwei Kolosse Durch die beiden Und in meinen Bastionen Jetzt, also zwei Synergien Haben wir gleichzeitig Jetzt dazu bekommen Das, das sehr gut Haben jetzt einige Synergien Nassassine wäre auch noch cool Schauen wir mal, wie es jetzt so aus Weiter geht hier Was hat er? Oh, er hat ganz viele, ähm Passion hat er viele Okay Top 50 Immerhin Immerhin Boom Schuss, roll Nächste Primär Nice GG 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 Das hat schon einiges Vom Handy Gibt, finde ich Allein dir das Display unten und so Würde mich nicht gewundert Tatsächlich Alles klar It's You Luke Runde 3 Nee Ja Machen wir es mal so Und bleiben wir dabei Zwei für die Verschmelzung Also drei Ampil ist auf der Bank Für die Verschmelzung Wollen wir noch einige Und einer haben wir noch Extra, wenn wir dann Stufe 8 werden Für die Synergie Das ist gut Können wir noch einen Bonus Also kein Bonus Aber wir haben noch einen Für die Synergie Funktioniert Das ist schon mal gut Okay Bisher läuft es auf jeden Fall Beim Sieg Serie für 5 Das ist sehr gut Okay Ein direkt weg Nächste direkt weg Ja Sieht gut aus Nice Boom Top 20 Warte, schau Wenn ich das easy gewinne Die gibt es leider nie wieder eine Folge Aber das ist jetzt okay Spuce Auf den können wir Das Leben schwer machen Erstmal das für die Synergie Das ist sehr gut Da haben wir ein von Für die Synergien Machen wir das So Jetzt haben wir vier auf der Bank Für die Synergie Alter Wie hab ich das Wort schon gesagt habe Ich will dich gar nicht wissen Ja Mach den Counter So Spuce Oder Spoof Schauen wir mal Schauen wir mal So Der Sieg Wir haben beide eine Siegesserie Muss man im Übrigen sagen Aber Top 20 Easy Und Spoof ist weg GG Top 17 Nice Wie viele haben noch drei Leben Wir sind der einzige mit drei Leben noch Alter Geil Haben wir sehr viel luck gekriegt Besser Okay Wir könnten Zephyrinos Okay Sehr gut Das war wichtig Papier Der Stärke Wir wollen es noch ein Heiler Ah Was für die Wege Schon können Dann packen wir ihn erstmal raus Das ist ein Nahkämpfer Okay Dann packen wir ihn da hin Wenn wir nächste Runde Da ein mehr haben Dann können wir es Probieren So Nicht Hass Nächste Runde Ja Wird knapp Ja Top 10 Top 10 Nice Läuft doch Top 10 Nächsten Kopf geholt GG Top 10 Leute Und wir sind XP führende Das ist auch sehr gut Direkt rein damit Komm Direkt rein damit Wollen wir nicht Den wollen wir Wollen wir Lange Zeit habe ich noch Okay Ein bisschen haben wir noch Haben einen noch Boom Boom Nice Das ist gut Das ist sehr gut Packen wir da hin Packen wir da hin Machen wir mal so Haben wir einige Level 2 2 Heilerin Aber 4 von der Wallseenergie Das ist cool So 10 Sekunden Wir weiter Wir haben auf jeden Fall gute Chancen Sag ich mal Bisher Sieht alles ziemlich gut aus Ja Ah Ja Ja Komm her Boom Sorry Augustin Nächsten Kopf geholt Alter was ist denn hier los Nice GG Top 6 Leute Top 6 Alles ist drin Oh Gott Hälfte davon Hat nur noch 2 Hat nur noch ein Leben 2 haben noch 2 Leben Wir können den nächsten Kopf holen Wir können den nächsten Kopf holen Das ist jetzt sehr wichtig Bermut Wurde wir uns ein Gespenst Na Weil ich finde ich für gut Das hilft uns auch nicht So So haben wir Max erreicht Noch ein Baumriesen Sehr gut Und das ist ein Fernkörper Deswegen haben wir den da nochmal hin Sehr gut Haben wir alles gut investiert Haben wir alles gut investiert Jetzt haben wir auch noch den Baumriesen auf Stufe 2 Das ist sehr gut So Morgane Lettland Komm her Was hast du Hat auch einige 2 Einer ist direkt gestorben Das ist sehr gut Ja Boom Weggefügt die Sau Nice Siege Serie von 10 Nächsten Kopf geholt Alles klar GG Top 4 2 haben noch Ein Leben Einer hat 2 Alter Einer hat bisher auch nur einmal verloren Und wir kämpfen gegen den Der noch 2 Leben hat Vielleicht können wir ihn runterkriegen Vielleicht kriegen wir ihn runter Haben wir auf jeden Fall Alles drin Sag ich mal Ist alles drin Einfach Synergen sammeln jetzt Nicht laden Machen Ne Nee Nicht genug Nächste Runde Nächste Runde dann Okay Wollen wir das nächste Runde noch ein Vampir Okay Mit dem Flammen auf Stufe 2 Alles egal Wir können einfach ballern 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 Das ist sehr gut Top 4 Komm Knapp Gleich auf Das kann nach hinten losgehen Knapp Sehr knappe Nummer Scheiße Nee Oh Bitte Alter Boom Boom Easy Seine Siege Sehr für 8 Ist aufgeknackt Sehr gut 3 noch Top 3 Top 3 Jetzt können wir den anderen Aufweg machen Gewin kämpft Eine andere Jetzt Also auch eine Rätthausseite Frage Gewin kämpft Eine andere Vampir Auf jeden Genau Nicht genug Gold Scheiße Find noch ein Vampir Aber ist okay Come on Alles ist drin Leute Alles ist drin Der hat eine kleine Siegeserie Deine kleine Siegeserie Von 2 Puh Okay Nigeria Komm Was hast du Knapp Ja Nicht ganz scheiße Aber auch nicht ganz geil Gerade Top 2 Wir sind im Finale Leute Wir sind im Finale Und Wir gehen ungeschlagen Sieg Boom Erste Runde Easy Win Boom Leute Can't see the haters Can't see the haters Easy Leute Das war Meist Autowette 100 Mann Easy Snack Ich Wir sehen Easy Sieg Ja Keine Gegner gehabt Sorry Aber War nice Bis zum nächsten Mal Haut rein Wir machen viele Formate Die neue sind Deswegen Falls euch das gefallen hat Wenn ihr bis jeden Geschaut habt Dann lasst auf jeden Fall Ein Like und ein Abo Falls ihr es noch nicht getan habt Wäre echt geil Wir machen sehr viele Videos Zweimal die Woche Mindestens Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao Werbung Das ist so unfair Wieso ist die Welt so mies Ich will doch nur ein gutes Spiel haben Genau Ich habe ein Spiel bei Halloween gesehen Und kannst mich kaufen Weil ich kein Geld habe Kann mir nicht jemand Irgendwie Eine Seite empfehlen Wo man günstig Spiele kaufen kann Ja Das können wir Echt Wo denn Bei Instant Gaming Was ist Instant Gaming denn Da ist All In Der offizielle Partner Das bedeutet Wenn du über den Link In der Videobeschreibung stehst Drauf klickst Und dann ein Spiel dort kaufst Es ist nicht nur billig Mit Garantie Sondern auch eine Unterstützung Für All In Und das ohne Dass du noch was drauf bezahlst Echt? Wirklich? Ja Drei Prozent Vom Kauf Gehen an All In Oh krass Und damit unterstütze ich All In? Ja Boah Und ich zahl nicht mehr? Nein Play smart Pay less Junge Boah Das ist echt cool Vielen Dank Kein Problem Klick jetzt auf den Link Unten in der Videobeschreibung Und los geht's Got it He's so so cool What you saying It ain't nothing but heart wrecking dedication Quit complaining Look at my life Feel my pain When it comes to me and you We're not the same This is so far from the game What you saying It ain't nothing but heart wrecking dedication Quit complaining Look at my life 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 Look at my life